Ich ruf jetzt an. 110-03456. Und danach leckst du die Finger. Ich warte auf dich. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Vlog der Vlogs mit dem Handy wieder mal. Und es ist wieder repaired. Ich habe die Generation auf mein Handy bekommen. Deswegen ist es ganz gut eigentlich. Jetzt habe ich ein weißes Display. Kann ich irgendwann mal zeigen. Und jetzt sind wir auf den Laden DDK. Gehen wir jetzt hin. Kannst du den Laden empfehlen? Ich muss wahrscheinlich die Hausnummer und sowas zukleistern, aber es passt. Dann sehen wir uns bei DDK. Bis zum nächsten Mal. 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 Na ne, da wird doch nicht kommen. Auf jeden Fall sehen wir uns später. Ich wollte nur kurz sagen, dass wir aus DDK draußen sind. Und ja, schuh.